So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier wieder, also ich habe mich ein bisschen versprochen, es ist in Wattenscheid. Leben, Leben, Essen, nicht in Essen, sondern Leben, Essen. Aber, ständig ist es schlimm, mit Ton ausgestattet die Anlage. Ja, kleine Vorstellung jetzt hier. Na gut, das war mal eine absolute Punktlandung. Na gut, aber egal. Auch wenn ich jetzt mit einer absoluten Punktlandung, also über das Gleichgewicht stolpert bin und in eine Fütze mit meinem Arsch. Aber egal, denn meine Hose ist eh dunkel. Ach, kommt gleich wieder einer. Er ist im Bahnhof. Ach, zweigleisig, denn das ist die verbundene mit der, wo ich schon mal gefilmt habe. Aber hier kommt gleich wieder einer. Rot. Ach, zweigleisig, denn das ist das, wo ich schon mal gefilmt habe. So, dann schönen Tag noch. Ciao. So, dann geht es doch jetzt halt weg. Über die Schottstelle Phasen. Vielen Dank.